Wir feiern Heilige Drei Könige und die Heiligen Drei Könige, die wollen uns Zuversicht schenken für unsere Zukunft. Für den Menschen, der ich werden kann. Für den Menschen, der du werden kannst. Und deswegen möchte ich dich heute nochmal erinnern an eines meiner Lieblingsvideos im letzten Jahr, nämlich die Buchbesprechung der Biografie von Matthew McConaughey und darin diese Sequenz, wo er als junger Mann gefragt wird von einem guten Freund, wer ist dein Held? Und er nimmt sich zwei Wochen Zeit, um über diese Frage nachzudenken. Und dann fragt ihn dieser Freund wieder, Matthew, wer ist dein Held? Und dann sagt Matthew, denn er hat darüber nachgedacht, mein Held, das bin ich in zehn Jahren. Und zehn Jahre später hat ihn der Freund wieder gefragt, Matthew, wer ist dein Held? Und da merkte er, ja, mein Held, das bin immer noch ich, aber in zehn Jahren. Also, ich wünsche dir viel Sehnsucht und Zuversicht auf deiner Heldenreise, damit du deine Heldin wirst, dein Held und dich mit dir verbindest, der du in zehn Jahren sein und werden könntest.